Ach ja, das hätte ich fast noch vergessen. Im Video. Die Legende des Ronin-Penum-Zier. Wer eine Minifigur versteckt, zeigt sich nicht am Anfang vor. Also nicht vor. Wer diese Minifigur... Also wer mir am präzisten in die Kommentare schreibt, wo die Minifigur war, wird kein Willen. Aber er bekommt nichts, er gewinnt auch. Ja, äh, nein, das ist jetzt falsch. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke an... Ah, nein. Drückt meinen Kanal, drückt die Glocke an... Gebt es an.